Es ist wieder Zeit für ein neues Screenbar-Video. Was ist eigentlich eine Screenbar? Eine Screenbar ist im Prinzip eine komfortable Schreibtischleuchte, die aber jetzt nicht irgendwo auf dem Schreibtisch rumsteht, sondern direkt auf dem Monitor befestigt wird. Damit wird der Arbeitsbereich vor allem perfekt ausgeleuchtet und man hat ein sehr gutes Licht zum Arbeiten zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Warum ist das so wichtig? Naja, also wer viel am Monitor sitzt und den ganzen Tag irgendwie im Büro ist oder sagen wir mal eher so zu Hause, der arbeitet ja meistens mit verschiedenen Lichtern. Am Nachmittag oder Abend fängt es dann an, dunkel zu werden und entweder sitzt man dann im Dunkeln oder man macht sich halt künstliches Licht an. Es ist natürlich eine Empfindungssache. Viele mögen das, manche mögen es nicht, je nachdem, weiß ich nicht, wie du eingestellt bist. Ich finde es auf jeden Fall cool und ich habe mich einfach schon daran gewöhnt, dass so ein leichter Arbeitsbereich vor mir dezent angeleuchtet ist, sodass ich halt sehen kann, was vor mir liegt. Ich meine Tastatur vernünftig sehen kann, auch gerade wenn sie zum Beispiel nicht beleuchtet ist, ist das ein Vorteil oder wenn ich mir irgendwas notieren möchte oder nachschauen möchte und so weiter und so fort. Also das hat viele praktische Vorteile. Und nun ist es so, dass BenQ mir schon mal eine Screenbar zur Verfügung gestellt hat und ich habe tatsächlich meine allererste Screenbar auch von BenQ gekauft und das war die normale Screenbar. Und da war ich schon super begeistert, weil ich einfach gedacht habe, wow, das ist ziemlich cool, ich packe es einfach auf den Monitor, ich habe meine Ausleuchtung hier, brauche mich um nichts kümmern und es war ehrlich gesagt ziemlich komisch, wenn sie mal aus war, dann habe ich sofort gemerkt, hier fehlt irgendwas. Also ich kann viel, viel besser arbeiten mit Licht. Die habe ich mir damals selber gekauft, die normale Screenbar, und irgendwann haben sie mich halt gefragt, ob ich sie nochmal vorstellen konnte oder kann. Dann habe ich ein Video darüber gemacht, weil ich es auch tatsächlich selber ja schon privat die ganze Zeit genutzt hatte und gedacht habe, ja, warum nicht, weil es gefällt mir wirklich gut. Dann haben sie mir nochmal eine Screenbar Halo geschickt. Das war diese, die so leicht zitanfarben war und dazu gab es dann halt auch so eine Fernbedienung hier, so ein Teilchen, womit man die dann noch ein- und ausschalten konnte und ein bisschen dran rumspielen konnte. Aber ich sage euch ganz ehrlich, also das Ding steht einfach nur auf meinem Schreibtisch rum seit, weiß nicht, zwei Jahren jetzt mittlerweile oder ein Jahr, keine Ahnung, wie lange ich die habe. Und habe es noch nicht einmal angefasst, weil das für mich einfach so eine automatische Funktion ist. Ich habe es immer verbunden mit dem Port von meinem Monitor, sodass die immer automatisch ein- und ausgeschaltet wird und ich da nichts machen muss. Und jetzt kommen wir zu der neuen Screenbar Pro. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist da jetzt anders dran? Was ist jetzt besonders an dieser Pro? Und ich kann euch sagen, ich war sofort begeistert von dieser Pro, denn ich brauche es nichts weiter tun, außer wieder anzuschließen. Ich habe keine Fernbedienung mehr. Ich kann, wenn ich was einstellen möchte, das über die Screenbar selber machen. Die hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten an der Screenbar selber. Dieses Männchen ganz links zum Beispiel ist dafür da, dass es erkannt wird, ob ich mich noch vor der Screenbar befinde oder nicht. Also die Screenbar reagiert oder registriert, besser gesagt, Bewegungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach vor meinem Schreibtisch rumhampel oder sowas, die geht nicht aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weggehe, weil ich irgendwie unten mir einen Tee machen will oder irgendwas anderes und ich bin fünf Minuten weg, dann schaltet die sich automatisch aus. Und sobald ich wiederkomme, erkennt sie das und schaltet sich wieder ein. So wird automatisch Strom gespart. Das finde ich ziemlich cool. Das ist tatsächlich so eine Funktion. Das finde ich ein geiles, sinnvolles Feature für mich zumindest, weil ich das ganz oft habe, dass ich den Rechner mal kurz laufen lasse, weil da gerade irgendwas exportiert oder ähnliches. Und währenddessen leuchtet die Screenbar, aber es ist ja keiner da, also bringt es ja eigentlich nichts. Und sie separat auszuschalten, wäre dann in dem Fall meistens immer zu aufwendig, Luxusprobleme halt. Und von daher lasse ich sie dann einfach an. Aber jetzt habe ich dieses Problem zum Beispiel nicht mehr. Das finde ich sehr cool. Wenn wir weitergucken auf der Screenbar, haben wir einmal die Einstellung für die Helligkeit und für die Farbtemperatur. Und diese beiden Pfeile, mit denen kann man halt die Stärke sozusagen einstellen. Das Herz ist im Prinzip eine Favoriteneinstellung. Kann ich drauf drücken und kurz gedrückt lassen für ungefähr drei Sekunden, damit die Einstellung, die ich jetzt gerade vorgenommen habe, dann zum Beispiel gespeichert. Daneben sehen wir dieses kleine Lämpchen mit dem A. Und das ist halt dafür zuständig, dass der Automatikmodus eingeschaltet wird. Und das ist schon ziemlich cool und intelligent. Den habe ich eigentlich immer anders. Das Einzige, was ich also gemacht habe bei dieser Screenbar, ist sie auszupacken, auf meinen Monitor draufzusetzen, ohne Montagematerial, den Stecker reinzustecken und auf das A zu drücken. That's it. Mehr brauchst du tatsächlich nicht machen. Die Screenbar arbeitet jetzt von alleine und ich brauche tatsächlich mich gar nicht mehr darum kümmern, dass ich sie einschalten muss, ausschalten muss. Sie geht automatisch aus mit dem Monitor, wie ich es auch vorher mal hatte. Das ist ein USB-C-Anschluss übrigens dran. Das Kabel ist relativ lang und hat einen USB-C-Anschluss. Und es steht auch in der Anleitung drin, dass man keinen Adapter nehmen sollte. Also USB-C auf USB-A. Ich habe aber trotzdem so einen Adapter verwendet und habe das darüber dann an meinen Hub angeschlossen vom Monitor, weil da nur noch USB-A frei war. Bis jetzt funktioniert sie einwandfrei und das schon seit ungefähr zwei Wochen. Also von daher alles gut. Daneben gibt es am Ende noch eine Taste für das Ein- und Ausschalten generell von der Leuchte, falls ihr wollt. Welche Features hat diese Leuchte jetzt noch? Also sie ist halt noch ein bisschen intelligenter geworden, in Anführungszeichen, sodass sie halt besser erkennt, wie ist das Farbspektrum, die Helligkeit vom Bildschirm gegenüber der Helligkeit im Raum, sodass das halt alles irgendwie miteinander kombiniert und angepasst werden kann. Und das habe ich tatsächlich gemerkt. Also wenn ich den Automatik-Modus rausmache, wird sie schon extrem hell, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon wirklich, wirklich hell. Aber sobald ich den Automatik-Modus angemacht habe, auch bei Tag, fährt die so weit runter, dass alles ganz angenehm und dezent beleuchtet ist. Und wenn es dunkler wird im Raum, dann erhöht sie natürlich automatisch die Helligkeit, aber immer noch auf einem sehr guten Niveau sozusagen, dass es nicht störend ist, aber auch nicht blendet oder ähnliches. Alles in allem kann man sich natürlich fragen, warum quatscht der jetzt so lange über so ein Licht am Monitor. Ja, und ich weiß es selber nicht, aber ich rede halt gerne über Dinge, die mir wirklich gefallen, die mir weiterhelfen und wovon ich denke, dass die euch auch weiterhelfen können. Aber manchmal muss man halt über Dinge so ein bisschen reden und vielleicht auch mal ein paar Minuten länger, damit der ganze Mehrwert irgendwo erkannt wird. Weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, hier ist die neue Leuchte, die ist toll, boom. Man muss natürlich auch wissen, warum und ob das überhaupt für dich in Frage kommt oder ob eine andere Alternative für dich in Frage kommen würde. Es gibt natürlich andere Anbieter und andere Leuchten und Screenbars und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht viel von ausprobiert, weil ich mit dieser wirklich zufrieden war. Das ist so ein System, das holt man sich, das packt man drauf, es funktioniert und mehr will man nicht. Man möchte dann nichts mehr damit zu tun haben, weil es einfach nur funktionieren soll und das tut es und das ist für mich der große Mehrwert bei dem Ganzen. Bei günstigen Anbietern habe ich halt auch schon mal durchgeguckt und da ist oftmals das Problem, dass entweder der Leuchtkegel nicht richtig ausgepegelt ist, sodass man trotzdem irgendwie geblendet wird oder der Monitor angestrahlt wird, was natürlich zu Reflektionen führt und nicht gut ist oder dass es halt zu flackern kommt irgendwann. Und damit habe ich hier tatsächlich noch gar keine Probleme, weil die Produkte von BenQ sind tatsächlich sehr hochwertig verarbeitet. Ich hoffe, das war etwas informativ für dich in Sachen Screenbar und falls du das Produkt kaufen oder ansehen möchtest, ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung und auch in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.